Am Vater habe ich bei Softwarearchitektur im Stream André Neubauer zu Gast. André, möchtest du kurz zwei Worte über dich sagen? Ja, hallo Eberhard. Ja, zwei, drei Worte zu mir. André Neubauer hast du schon gesagt. Ich bin aktuell CTO bei Smarva, einer Fintech-Plattform, Kreditvergleiche und war davor halt auch in verschiedenen anderen Unternehmen tätig, im E-Commerce, in verschiedenen Rollen, habe mal als Softwareentwickler angefangen und ja, über die Jahre ganz schön viel Erfahrung gesammelt. Und von der Erfahrung wollen wir genau profitieren. Das Thema am Vater ist, es ist CTO, der Chief Technical Debt Owner. Was meinst du damit? Naja, über die Jahre hat sich für mich so ein bisschen herauskristallisiert, dass es gar nicht nur immer darum geht, halt das ganze Neue halt vorherzusehen und zu planen, sondern halt auch damit umzugehen, was man dann schon hat. Und eine der größten Herausforderungen sind natürlich halt Legacy und sind halt technische Schulden. und das wird halt umso schlimmer, weil das so einen Trend halt dazu gibt. Leute bleiben halt immer seltener bei der Firma, also immer kürzere Zeiten. Und ja, die Software bleibt. Und die Frage ist halt so ein bisschen, wie geht man damit um? Wir freuen uns auf zahlreiche Zuschauer, auf eure Fragen und eure Diskussionsbeiträge und sehen uns dann hoffentlich am Freitag. wenn man das neue Fantastisch ab." wird das